Gebiet gesichert. Tanaka, kriegst du diesen Lift wieder in Bewegung? Finde die Kontrollkonsole. Ja, ne, du! Sie muss hier irgendwo sein. Keine Nummer nicht mehr. Okay. Ich hab sie dank meinen unaussprechlichen hohen Adleraugenkünsten gefunden. Hab sie. Wenn sie also da ist, wo wollen die hin? Wenn wir bei Pedikon sind, finden wir's raus. Dass der Master Chief Befehle missachtet, um Katana zu suchen, ist klar. Aber wieso der Rest von Team Blau? Die kannten sie doch gar nicht. Die Mitglieder von Team Blau sind gemeinsam mit dem Spartan 2 Programm aufgewachsen. Sie haben schon mehr Einsätze bestritten als jedes andere Feuerteam im UNSC. Sind eine Familie. Genau. Ja, das sind sie wohl. Coolere Familie als ihr. Womit ihr an einem Marsch? Ptschup, 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 ptschup. Was, der Toaster? Ich will auch einen Toaster! Aber erst mal will ich Kaffee. Ich weiß, weil da sind sehr viele Gegner. Drecks, Köter! Okay, Ptschup, ptschup. Okay, Ptschup. Hab ich gern gemacht. Gar kein Problem für mich. Granaten vielleicht mal aufnehmen. Das ist schön. Sicherheitsprozokale deaktiviert. Das heißt, jetzt läuft alles ein bisschen angenehmer. Genau wie in New Alexandria. Wir überleben mit letzter Kraft. Und das alles nur, damit wir was? Weglaufen? New Alexandria. Das ist eigentlich ein Level aus ODST. Das ist ein Spiel zwischen weglaufen und überleben, um weiterzukämpfen. Der Naka hat recht. Die Menschen wachsen über sich hinaus, wenn sie etwas auf dem Nichts erschaffen. Wir geben nie auf. Sie reißen es an? Wir bauen es wieder auf. Ich hab das Gefühl, dass man hier vielleicht... Ach, scheiße! Okay, diesen Schub hab ich vergessen. Aber vielleicht lässt sich da oben ja was finden. Das will mich jetzt mal interessieren. Ich hab alles daneben geballert. Ich glaub, das kann ich vergessen. Hier kommt keiner hoch, wa? Doch, die kommen hier hoch. Sweet! Vielen Dank! Wo ist er denn jetzt? Ich hab das Gefühl, dass man hier irgendwas finden könnte. Verdammte Hacke! Du hast ein Ziel gefunden? Du hast einen Meister gefunden! Warte, einen Moment. Entschuldigung. Meister gefunden! So. Ziel gefunden. Von wegen. Ach, komm. Ich will gucken, ob ich hier oben irgendwas finden kann. Ein Schädel oder sowas. Das sieht nämlich verdammt danach aus. Okay. Hier anscheinend jetzt nicht mehr. Ingal konnte ich mich ja noch da lang bewegen. Aber bei dem anscheinend nicht. Nein. Da bleib ich auch nicht dran. Es tut mir grad leid. Es kann jetzt wahrscheinlich total langweilig für euch sein. Aber es würde mich echt verdammt nochmal interessieren. So. Ach. Verpisst euch doch. Mach das. Mach das. Hm. Ist das in Ordnung? Achso. Okay. Nee. Nichts gefunden. Was mich jetzt ein bisschen verwundert hat. Weil es sah echt so aus, wenn man da oben was finden könnte. Oh Mann. Anstrich vertragen. Also schön. Bleib doch da. Alle sind tot. Kavanaugh Sloane ist nicht hier. Ich. Hallo. Jemand da? Nein. Sloane ist weg und hat seine Leute am Stich gelassen. Wenn Cortana hinter diesen Wächter steckt, hat sie hier mehr Schaden angerichtet als er. Wir werden herausfinden, was ihr wirklich vorgefallen ist. Und wir werden die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Oh. Achtung. Mehr Prometeaner. Oh. Das sind aber die sollen hier die ganz Dicken, ne? Das sind aber die sollen hier ganz Dicken. Das sind aber die sollen hier ganz Dicken. Aha. Wie so bin ich jetzt schon wieder runtergefallen. Was ist er denn? Ja. Ich wundere mich gerade ein bisschen, dass ich nicht Assassination tue. Okay. Das funktioniert anscheinend nicht. So. Arschlecken jetzt. Huch. Ich häng fest. 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 Scheiße. Danke. Danke. Tschüss. Okay, die Munition brauche ich. Okay, die Munition brauche ich. Okay, wo ist die fucking Munition? Da ist die Munition. Okay. Aber was? So, jetzt habe ich ein paar dicke Waffen mit dabei, das ist schon mal gut. Ja, wir bewegen uns auch. Also halb so schlimm. Huch, dann kommt doch die Waffe auf mir her. Die Notbremse des Lifts hat einen Zusammenbruch verhindert, aber sie wird nicht lange halten. Ist diese Struktur sicher genug, um an ihr hochzuklettern? Wenn sie abstürzt, dann bestimmt nicht, weil Spartan sie als Kletterstange benutzt. Starte ein Scan und such einen Ausgang. Haben wir ja schon, ne? Bin doch schon da. Da ist der Wächter. Immer weiter Richtung Panicam. What the fuck? Wie weit ist das? Weiter als uns lieb ist, könnte aber schlimmer sein. Ist das ne Fresse? Ach du Scheiß, das ist ja ne... Der lächelt! Wie süß. Okay, ähm... Wir müssen vorwärts. Ich laufe. Ich laufe. Ich laufe. Ich laufe. Ich laufe immer weiter. Ich laufe. 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 Mach ich doch. Kann ich den Kopf drücken? Nein, kann ich nicht. Boah, was hab ich jetzt? Uh, was haben wir hier alles hübsches? Okay, weißt du was? Cool, daneben. Alter. Boah, alter. Alter, mal ohne Witz. Wie soll ich mich verstecken? Alter, wie? Das nervt ein bisschen. Soll das, feuern doch nicht. Drecks viel. Ach, was, was? Was ist das denn hier? Pass auf! Der Pelican ist immer noch über uns. Klettert weiter. Ja, es nervt aber ein bisschen diese Drecksviecher, okay? Wir rennen halt weiter. Ist mir auch egal. Ich bringe die ganzen dicken Bomben einfach mit. Rennen einfach. Aber einen von diesen Drecksviechern will ich kaputt machen, Alter. Okay. Nachladen. Ach, Mann, Alter. Einen von denen wollte ich mal kaputt machen, aber kannst du, glaube ich, vergessen, Alter. Vielleicht einen Erfolg oder sowas gegeben, weißt du? Okay. Ja, ja, ist eh alles Zeit abgemessen. Das heißt, solange ich mich nicht bewege, passiert auch die ganze Zeit nichts. Okay. Was ist es hier? Das heißt, bis ich mich nicht sicher. Veränder ich mich an, com'Do�. Dass ich mich nicht Focus habe. Was mache es die ganze Zeit? Aber das ist nun July. Anscheinend wird das heute nichts mehr, mit den Tüten töten. Wir gehen einfach mal hier hoch. Wieso habe ich eigentlich drei Stücke ab? Man kann auch gar nicht drei Stück aufnehmen. Lass es jetzt. Mann, immer dieses reparieren. Schmeidiges Movement. Munition. Aufgenommen. Stirb. Anscheinend rumgesäppelt hier, Alter. Entscheide dich auf welchem Kanal du bist. Interessant, wie du manchmal triffst, aber manchmal, wie du dich nicht triffst. Okay, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Okay, weiter geht's.